Nachdenkseiten Die kritische Website Festival. Es gibt sie noch, die engagierten Künstler. Von Tobias Riegel Oft wird zu Recht beklagt, dass sich große Teile der hiesigen Kulturlandschaft einer inakzeptablen Anpassung an einen politischen und medialen Mainstream hingeben. Umso wichtiger ist es, auch die Künstler wahrzunehmen, wertzuschätzen und zu unterstützen, die sich dieser Anpassung verweigern und dafür teils einen hohen Preis zahlen. Ein Festival in Weimar bietet einigen dieser Kulturschaffenden und Redner vom 1. bis 3. September eine Bühne. Ich habe in verschiedenen Artikeln thematisiert, dass viele prominente Künstler, die sich öffentlich gern als engagiert dargestellt haben, bei entscheidenden Themen verstummt sind. Diese Themen sind unter anderem die soziale Frage, die liberale Wirtschaftsordnung, die destruktive Corona-Politik, die Fragen zu Russland, Energie, Krieg und Frieden etc. Ein Verstummen war oft noch der bessere Fall. Viele prominente TV-Comedians haben sich etwa bei der Debatte um eine aktuelle Friedensbewegung der Hetze gegen Andersdenkende konsequent angeschlossen. Die Berlinale hat der NATO-Propaganda geradezu einen roten Teppich ausgerollt. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wurde zur Bühne für antirussischen Rassismus. Die Liste ließe sich lang fortsetzen. Unter diesem Artikel finden Sie einige Links zu diesen Vorgängen. Wenn eine solche Kritik ausgesprochen wird, ist es aber wichtig, kein pauschales Urteil über die Künstler und die Kulturszene zu fällen. Denn selbstverständlich gibt es zahlreiche Künstler, die sich der oben beschriebenen Anpassung verweigern. Diese Personen zahlen oft einen hohen Preis für ihren Mut. Sie werden Opfer von Cancel Culture und Diffamierung. Ihre materielle Basis und ihre Person werden angegriffen. Umso höher ist ihre Standhaftigkeit einzuordnen. Der Komponist und Kabarettist Uli Masud hat als künstlerischer Leiter nun ein Festival organisiert, das einige Künstler und Redner zusammenbringt, die sich durch ein Engagement ausgezeichnet haben, das sich nicht auf Schönwetter-Phrasen zur Demokratie beschränkt. Das verlinkte Festival Musik und Wort in Weimar findet vom 1. bis 3. September statt. Prominente Teilnehmer sind unter anderem Ulrike Giro oder Jens Fischer-Rothrian. Dem Geleitwort zum Festival von Matthias Burchardt kann ich mich inhaltlich anschließen. Zitat Wie unter einem Vergrößerungsglas haben die letzten Jahre die Belanglosigkeit der Kultur zum Vorschein gebracht. Bis auf wenige Ausnahmen reihten sich die Kulturschaffenden in die Valence der keimfreien Solidarität ein, ertrugen klaglos die Absage von Veranstaltungen oder machten sich zu Werbefiguren des staatstragenden Ideologie-Marketings. Was aber weitgehend unterblieb, war eine künstlerische Reflexion der Zeitumstände. Dies ist ein Armutszeugnis und verweist über die Tagespolitik hinaus auf eine tiefen Krise der Kultur. Scheinen doch viele Künstler ihr Zutrauen in die sinnstiftende Kraft der Kunst anlässlich der Verführung durch die Macht und den Markt verloren zu haben. Zitat Ende Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020